Überall locken uns leckere Speisen, aber immer mehr Menschen tragen die Folgen der übermäßigen Nahrungsaufnahme. Sie sind fettleibig und Adipositas ist auch weltweit auf dem Vormarsch. Die Betroffenen leiden unter den körperlichen und psychischen Folgen. Adipositas ist eine Erkrankung, die in Deutschland und auf der ganzen Welt gerade immer häufiger vorkommt und die multifaktoriell bedingt ist. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Ursachen, die dazu führen. Letztendlich ist es aber ganz einfach. Es ist ein langjähriges zu viel an Nahrungsaufnahme, an Kalorienüberschuss, gepaart meistens mit einem zu wenig an Bewegung. Es ist so, dass man nicht nur dick wird, dass man also kosmetisch vielleicht nicht mehr so ausschaut, wie man möchte, sondern dass man auch Folgeerkrankungen entwickeln kann. Vor allem eben einen Diabetes mellitus Typ 2, der dann schwerwiegende Folgen haben kann. Fettleibigkeit birgt also nachweislich ein enormes Risiko für die Gesundheit. Vor allem das Herz-Kreislauf-System und der Bewegungsapparat werden durch die überzähligen Pfunde in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem erhöht Adipositas das Risiko für weitere Erkrankungen, wie das Schlafapnoe-Syndrom und belastet vor allem auch die Psyche der Betroffenen. Das Übergewicht bin ich sowieso schon frustriert, weil ich meinen Sport nicht mehr machen kann, meinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Ja, und inzwischen bin ich schon so, wenn ich am Spiegel vorbeikomme, ich kann mich dann mal in den Spiegel sehen, weil ich dachte, boah, bist du fett oder so. Mein Hausarzt hat gesagt, wenn ich so weitermache, hat er gesagt, dann kann ich gar nicht mehr laufen und das möchte ich ja nicht. Je ausgeprägter das Übergewicht ist und je länger es besteht, desto größer sind in der Regel die körperlichen Beschwerden. Der erste Weg sollte eine konsequente und dauerhafte Umstellung der Ernährungsgewohnheiten und des Lebensstils sein, bevor andere Therapien ebenfalls in Erwägung gezogen werden. Also es ist so, dass wir bei den Patienten, die tatsächlich alle konservativen Maßnahmen ausgeschöpft haben, also jetzt auch nicht nur selber mal zwei Wochen weniger gegessen haben, sondern die tatsächlich ärztlich begleitet über mindestens sechs, besser zwölf Monate eine konservative Therapie gemacht haben, die immer aus drei Säulen besteht, also aus Ernährungstherapie, aus Bewegungstherapie und Verhaltenstherapie. Und wenn das alles nicht zum Erfolg geführt hat, bieten wir den Patienten eben auch eine Operation an, um dann Gewicht zu reduzieren. Eine Verkleinerung des Magens führt zu einem früheren Sättigungsgefühl und in der Regel zu einer geringeren Größe der Mahlzeiten. In der Regel schaffen es Patienten mit einem verkleinerten Magen im Anschluss an die Operation, 60 bis 70 Prozent des Übergewichtes abzunehmen. Wir haben verschiedene OP-Verfahren, die wir anbieten, vom Magenband, was wir relativ selten durchführen, über den Schlauchmagen und zum Magenbypass. Und diese Operationen haben verschiedene Prinzipien, wie sie dann zu einem Gewichtsverlust führen. Und für die Patienten beginnt nach einer Operation oft ein völlig neues Leben. Ich kann jetzt shoppen gehen, wenn man Größe 54, 56 hatte und jetzt auf einmal auf 48, 50 ist und es geht noch weiter runter, kann man schon stolz sein. Vielen Dank. Vielen Dank.